Du hinterhältiger Mistkerl. Ja, ich hab halt beim besten gelernt. Jetzt mach schon. Ja und damit... Kommt, du zuerst, Schätzchen. Ja und damit... Mit der Waffe bist du stark, was? Fuck you, Alter. Und damit, hallo und herzlich willkommen zurück zu Uncharted 2, zu der neuen Aufnahmesession Uncharted 2 auf der PS4 Nathan Direct Collection. Und ich bin wieder am Pre-Caption für die Abi-Zeit von mir, da ich ja da nicht die Zeit habe aufzunehmen. Und wir sind hier auf den Straßen nach Shambhala, haben den Geheimeingang gefunden, leider auch Lazariewicz uns gefunden hat. Und Flynn natürlich auch, der ist ja Spaß mit der Desert Eagle. Egal, wir müssen jetzt mit ihm den Weg finden. Und das ist wieder so... Lauf mir nicht weg. Dranbleiben. Ich halte schon mit. Ich lass dich nur vor. So, weiter geht's. Komm. Oh. Moment, warte. Papa hat ne Knarre. Lazariewicz dich noch nicht umgebracht hat. Hilf mir mal hoch, Kumpel. Geht doch. Oh, Vorsicht, das ist nicht weit. Hey! Sorry. Ist das vielleicht den Weg? Schön, dass du Spaß hast. Nein, warte. Tut mir echt leid. Na toll. Das ist, Kumpel. Traust du mir nicht? Siehst du, vertrau mir doch einfach mal. Na bitte, Schätzchen. Na los. Du zuerst. Was für ein Wichser. Wow. Was für ein Wichser. Wehe, du führst mich in ne Sackgasse. Was soll ich das denn wissen? Ich kenn den Weg. Ich glaub, deine Wampe passt da nicht durch. Oder was wirst du schon sein? Woher soll ich eigentlich den Weg wissen? Hm? Ich war hier noch nie. Spasti. Hilfe mir schieben. Ei, ei. Okay, Teamwork. Wie in alten Zeiten, was? Ja, wahrscheinlich in den besseren Zeiten damals. Wie haben die den Karren bloß da hinbekommen? Na und, wir müssen nach ganz oben. Fast wie Stonehenge, was? Nein. Hilf mir schieben. Doch von hier. Klar. Wäre auch unsinnig, den runter zu schieben. Na los, Mädchen. Auf geht's. Mädchen. Das ist doch deine Mutter. Meine Güte. Ja. Sieh mal. Dein Ebu in Lebensgröße. Wir sind jetzt extrem witzig geworden. Sieh, war das noch mit den Kult-Sprüchen? Oh, fuck. Das sollte ich nicht tun. Und weiter. Ich hoffe, du schaffst den Sprung allein. Was du kannst, kann ich auch. Hilf mir. Hilf mir. Nee, war ein Scherz. Achso. Ja. Oh Mann, ey. Bist lustig geworden. Bist lustig geworden. Was? Die Symbole. Ich kenne die Symbole. Mhm. Genau. Ich kenne die Symbole. Ähm, okay. Ja. Ähm, dieses kommige A mit, äh, diesem Ding drauf. Dann das Gefüllte. Ich kenne die Symbole. Das ist richtig. Was willst du eigentlich von mir? Ich muss mich konzentrieren. Äh, nein. Das ist es nicht. Okay. Okay. Das ist es. Und rechts war... Äh, genau das. Nee, warte. Doch, genau das. So. Jetzt kommt dieses kommige A. Stimmt. Ist richtig. Ähm. Komm schon, Mann. Wir haben nicht ewig Zeit. Wir wollen doch Lasarewitsch nicht verärgern, oder? Du. Du mein Gefallen, Flynn. Schieß mir die Ohren ab, bitte. Jo. Das wäre echt mal eine Erlösung. Ich weiß, dass ich den Zylinder drehen muss. Ich, äh, suche nur nach dem richtigen. Das müsste gehen. Was kommt denn da aus dem Boden? Ja. Komm. Mach dich mal nützlich. So. Jetzt habe ich es hinbekommen. Waren wir hier geteilt? Was soll das? Was soll das mit mir machen? Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Gut englisch. Was soll das mit mir machen? Ah, ah, ah. Haltet ihn! Was sind das für Wecher? Wächter, um Eindringling abzuschrecken. Na? Das funktioniert ja super! Lazariewicz, ich habe getan, was du wolltest. Lass sie gehen. Immer am Falschen. Aber du hast das letzte Blatt gespielt und verloren. Das ist wohl das Ende deiner Reise, Kumpel. Nein, 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 nein. Noch nicht. Er soll Shambhala sehen und wissen, dass ich es ihm genommen habe, wenn er stirbt. Öffnet der Sturm! Ja. 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 Gut. Du warst mir schon viel zu lange, ein Dorn im Auge. Auf die Knie! Ey, ey, Soran, wir hatten'n Deal. Ich dulde keine Verräter. Alles klar. Ich nehm' an, du weißt genau, wo der Stein zu finden ist. Du brauchst mich nicht mehr. Danke. Auf die Knie! Ihr werdet angegriffen! Was ist das? Sie sind übel! Schießt, Idiot! Oh, Schiss. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, was sind das für Viecher? Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Der Schießkandidat! Halt es! Vorsicht! Erster Schießkandidat! Auf sie! Hohe! Langsam! Mist, Mist, Mist! Das geht gar nicht gut. Okay, auf geht's. Komm schon, beeilen wir uns. Nicht stehen bleiben. Da ist uns wohl jemand zuvor gekommen. Dann hoffen wir mal, dass wir es auch wieder raus schaffen. Ja, die Leichen liegen bestimmt schon 60, 70 Jahre hier. Hey, Ihnen hat's wohl nichts gebracht, aber hier. Danke. Tja, Lazarewicz und seine Männer sind wohl wieder in der Stadt. Wenn wir einen Weg zurück zum Eingang finden, sollte die Luft rein sein. Äh, nein, Chloe, wir suchen den Cintamani-Stein. Was? Wir müssen Lazarewicz aufhalten. Und wie wollt ihr das bitte schön anstellen? Vor ihm den Stein erreichen und ihn dann zerstören. Wow, wow, wow. Du glaubst doch nicht etwa diesen übernatürlichen Quatsch. Ich weiß nicht mehr, was ich glauben soll. Okay, falls du es nicht mitgekriegt hast. Der Kerl ist durchgeknallt. Er denkt, er erfüllt irgendeine Art Prophezeiung und dass dieser Stein ihn unbesiegbar macht. Unsterblich. Wir stehen mitten in Shambhala. Und du hast tatsächlich noch Zweifel? Ja, du weißt, wie oft sie auf die Dinger geschossen haben. Hier geht etwas Seltsames vor. Noch ein Grund mehr, so schnell wie möglich hier abzuhauen. Ich will das nur in Ordnung bringen. Und vielleicht die Welt retten? Oh Mann. Hör mal, Schätzchen. Der Welt. Ist das egal? Wenn du deinen Hals hinhältst, ist dein Kopf bald ab. Du hast selbst gesagt, du willst ihn fertig machen. Ja, und ich will ihn mehr als bluten sehen. Aber so läuft das nicht. So, so läuft das. Nein. Diesmal nicht. Na los. Was meinst du? Dass ihr spinnt! Aber gut, retten wir eben die Welt.